Wir waren die, die die Maschine kontrollierten, sie zu unserem Vorteil nutzten. Mittlerweile erreichen wir den Punkt, wo die maschinelle Seite sich entwickelt zu einem Gesamtsystem, das nun zunehmend aus Interesse von Unternehmen, aus Interesse der Politik, durchaus auch aus Interesse mancher Individuen, Kontrollfunktionen übernimmt. Das heißt, der Mensch wird in die Rolle eines Rätschens gebracht, das zwar in dem Prozess noch benötigt wird, aber in diesem Prozess hochgradig kontrolliert wird. Wir kontrollieren Anwesenheit, wir kontrollieren Aufmerksamkeit, wir kontrollieren Körperzustand, wir kontrollieren Feedback, wir kontrollieren Leistung, aber wir kontrollieren das nicht mehr auf der Ebene von Tagen oder von Stunden, wir kontrollieren das jetzt teilweise auf der Ebene von Minuten oder Sekunden. Das heißt, wir takten den Mensch in eine große Maschine ein, die im Wesentlichen über Algorithmen getrieben wird und damit nähern wir uns einer deutlichen Verschlechterung der Freiheitssituation der Menschen. Alle die kleinen Dinge, die jetzt irgendwo sind und die uns alle angeblich helfen oder unterstützen, sind natürlich auch alles Dinge, die ständig beobachten, was wir tun und deshalb dazu beitragen können, dass man uns minutiös kontrollieren kann. Wir haben natürlich jetzt Menschen, die sich aus irgendeiner schon fast, ich empfinde es schon fast als eine Art masochistischen Tendenz, sich schon selber den Apps unterwerfen, die glauben, dass sie als Mensch nicht gut genug sind, aber dass ein App sie in einen besseren Zustand bringen kann, indem das App sie dauernd beobachtet, sie dauernd kontrolliert, ihnen dauernd sagt, was sie tun sollen, wie sie sich verbessern können. Aber das alles ist ja zum Schluss das Programm, in dem der Mensch unter dem Diktat einer Maschine läuft. Jetzt kann man sagen, okay, das ist nur eine freie Entscheidung, aber spätestens wenn der Arbeitgeber, wenn der Liebespartner, wenn die Versicherung wiederum die Konditionen des Zusammenlebens davon abhängig machen, inwieweit man sich dieser Maschine unterwirft, oder wenn irgendwo eine staatlich organisierte Spionage oder Industrie-Spionage permanent bis ins letzte Detail unseres Körpers wissen will, was wir gerade tun, ist mit Optionen nicht mehr zu reden. Wir haben keine Optionen mehr, wir werden brutalst in ein System verknechtet.